Was Sie hier sehen, das ist kein Beruf. Das ist eine Berufung. Und für ein Schöner. Und schauen Sie, für mich... Für mich gibt es einfach nichts Schöneres, als dieses Strahlen aus Ihren Augen zu sehen. Denn wenn ich Ihnen etwas geben darf, was von ganz tief da drin kommt, und wenn das bei Ihnen landet, in Ihren Herzen, und Sie mir das zurückschicken, dann ist das das schönste Gefühl auf der ganzen Welt.